Das ist die Stand Nr. 12, hier ist Severin Freyne! Severin, das ist schon schön, so auf Zufühlung zu gehen mit den Fans. Letztes Jahr hast du uns ja wirklich einen wunderschönen Tag der Deutschen Einheit beschert. Was machen wir morgen? Gerne dasselbe. Seid ihr dafür? Dann drücken wir ihm ganz toll die Daumen. Aber die Konkurrenz im eigenen Lager ist richtig groß, denn er ist nur ein Teil dieser starken deutschen Sommermannschaft. Seine Messlatte ist der Geigerzähler, hier kommt die 26! Hier ist Karl Geiger! Er wird gerade noch vermessen wahrscheinlich. Der Geiger! Nehmen wir uns die Minute noch Zeit. Wir haben ja mitbekommen, es sind fast alle Deutsche morgen mit dabei. Das ist natürlich schön, oder? Ja, sehr schön, auf jeden Fall! Wird das heute im Team noch so ein bisschen ausgewertet? Ja, eine Videoanalyse werden wir noch machen, aber dann werden wir schon das Bayern-Spiel noch anschauen heute. Achso! Na ja, auch nicht schlecht, sich so vorzubereiten auf den morgigen Tag und morgen geht es dann richtig heiß zur Sache, morgen ist ein ganz anderer Ball im Spiel. Aller guten Dinge sind drei! 30 minus 3 gibt 27, das ist seine Startnummer. Hier kommt der Sieger des Kontinentalkopiers, Marinos Krauss! Hier kommt die Startnummer 40, hier kommt Andreas Bahn! Und damit sind wir bei den Top 10, den besten 10! Und damit sitzt international auf unserer Bühne aus unserem Nachbarland aus Tschechien Mitte 41! Antonin Aildreds! Dope de Nächster! Dope de Fernキher! Das macht der Bodo schön, vielleicht können wir ein bisschen mitschunkeln, so den anzunehmen. Als wir in der Wagen sind die Rockettballen, oben auf dem Wagen mit dem Hohen. Aber es geht Schlag auf Schlag weiter. Wir kreisen ihn ein. Links von ihm gesehen stehen die Deutschen und rechts auch der Nächste. Die Startnummer 42. Hier ist Michael Michin Neumann. Und damit ist das Ende der Fahnenstange, was die Deutschen noch lange nicht erreicht. Nein, wir mischen morgen ordentlich mittel mit Schwarz-Roll-Gold. Und der Beuge ohne Fahnen ins Stadion kommt, naja, der... Er startet für die SG Wickelhütte, aber hier ist... Reggie Freitag! Wir bleiben in Mitte-Europa. Eine ganz, ganz starke Nation drängt mitten nach Fahnen. Hier ist die Startnummer 44 aus Polen! Hier ist Jan Ciovo! Ich schmeiß mir das Heffy gleich von der Bühne her. Wir freuen uns auf Kamil Star! Und jetzt wird sich insbesondere der Anton in Hayek freuen, denn es kommt einer seiner Landsmänner auf die Bühne. Ja, ja, damit ihr seid nicht mehr allein, ihr bei uns, die Startnummer 47 morgen! Ein Name, den wir uns merken sollten! Aus Tschechien! Czesmir Kosicek! Jetzt müssen wir langsam mal hier sondieren, ob man nicht vielleicht doch noch einen Schub so weiter nach vorne gedrängt hat. Und Sie mischen ordentlich mit, auch beim Sommer Grand Prix. Hier ist die aktuelle Nummer 3 aus Slowenien mit der Startnummer 48, Matthias Pungata! Wir wissen nicht, ob seine Eltern heute da sind, vielleicht Oma oder auch Opa oder alle zusammen. Aber wir wissen, das Zelt wird jetzt kochen. Genau, er hat im letzten Jahr in Klingenthal gezeigt, dass er zu den ganz Großen gehört, dass er in der 1. Liga mitspielen will. Und er hat es in diesem Sommer Grand Prix bis jetzt fantastisch gemacht. Die Startnummer 2 aktuell mit der Nummer 49, Andreas Schellinger! Also es kann schon ein wenig stolz machen, was die Deutschen morgen am Tag der Deutschen Einheit auffahren. Das ist der Mann, neben vielen anderen, auf den wir alle Hoffnung setzen morgen. Und er ist der Gejagte! Er will morgen den 1. Titel der Saison holen, nämlich den FIS Sommer Grand Prix! Er kommt aus Slowenien mit der Startnummer 50, Jörg Neon! Und liebe Fans hier, jetzt nehmen wir die Fotoapparate mal ganz kurz runter. So, wir brauchen nämlich eure Hände. Wir machen jetzt die absolute Zeltla-Ola-Welle und alle machen mit. Von vorne nach hinten läuft das Ding durchs Zelt. Wir haben die qualifizierten Deutschen und die Top Ten der Sprung-Elite dieser Welt hier auf der Bühne. Langsam in die Knie gehen. Ein Brummen geht durch das Zelt. Von vorn, von der Bühne beginnen bis nach hinten zur Bar und dann wieder zurück. Auf vier, drei, vier, und! Und sie kommt zurück von hinten! Los! Sensationell! Also, das sind eure Stars!